Na lo zusammen, mich hier ist wieder Euterland und schau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Partys in Kisten öffnen. Und mittlerweile seht ihr hier schon am Hintergrund bin ich in Zuldazar unterwegs. Und da habe ich ein paar Kisten gefarmt, habe hier ein bisschen durchgequestet durch BFA-Horden-Content. Und diesmal sind wir auf einem Demon Hunter. Da brauche ich ja immer noch die Augenbinde der Elidari. Wir haben insgesamt 20 Kisten, die wir jetzt aufmachen wollen. Und ja, ich hoffe, ich kriege das letzte Item raus. Denn der Char, den habe ich vom Startgebiet aus bis jetzt auf 58 gespielt. Und ja, habe schon einiges gelevelt mit dem, sagen wir es mal so. Für relativ wenig Kisten. Gut, die gab es erst, als er quasi auf 50 aufwärts war, weil die Zone ist gelt ja quasi bis 50. Gut, dann legen wir los. Erste Kiste, das ist einmal eine Schulter, die brauchen wir schon mal nicht. Dann die zweite haben wir einmal hier in den Umhang, die brauchen wir auch nicht. Die dritte sind die Stiefel, die haben wir natürlich auch schon eingesackt. Nochmal die Stiefel. Hier beim Demon Hunter ist es ja ein bisschen blöder, weil es zwei verschiedene Sets gibt. Also nicht nur die Waffen sind unterschiedlich, sondern anscheinend auch tut die komplett die Items. Und da gibt es von jedem zwei. Es gibt zwei Schultern, zwei verschiedene. Ihr seht ja, dass hier die Schultern heißen gleich, aber von der Farbgebung, die sind so ein bisschen Silber und die sind ein bisschen Gold mit so Goldrändern. Und dementsprechend gibt es halt doppelt so viele Items wie bei allen anderen Klassen. Und ja, das verringert natürlich die Chance, genau das richtig zu kriegen. Da sind wir schon wieder Stiefel rausgekriegt. Dann haben wir eine Gläwe. Es wundert mich gerade, dass wir das erste Mal die Waffe drin haben. Noch einen Ring. So, die Hälfte der Kisten haben wir jetzt schon aufgemacht. Dann haben wir noch eine Gläwe. Okay. Noch eine. Okay, ich hätte nichts mit der Gläwe sagen dürfen. Jetzt kommen halt nur noch Gläwen. Ah, boy. Ah, warum sage ich was? Ich habe es verschrien. Ich sage es euch. So. Natürlich. Noch eine Gläwe. Schuhe. Wir brauchen halt immer noch die Augenbinde der Elidari. Bitte gib mir die Augenbinde. Ein Ring. Trinket. Ah, bitte. Drei Kisten haben wir noch. Ein Hals. Wie wär's? Noch eine Gläwe. Jetzt ist die Final Kiste hier. Final Countdown. Komm, 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 komm. Noch eine Gläwe. Ich glaube, ich kriege das Item einfach nie. Wie viele Gläwe haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Gläwen haben wir rausgekriegt. Am Anfang sah es ja gut aus. Da waren keine Gläwen dabei. Aber das war jetzt leider ein Schuss in den Ofen hier an der Stelle. Ähm, ja. Ich werde jetzt wieder ein paar Kisten zusammensammeln. Und sobald ich wieder genug habe, würde ich sagen, melde ich mich wieder. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.